Die schwarz-rot-goldene Fahne, die Fahne der Freiheit und des Widerstands auch gegen die Herrschaft der Nazis, gilt bei Ihnen heute als rechts und darf auf Ihren Demonstrationen oft nicht gezeigt werden. Aber der Widerstand gegen Sie wird in Deutschland immer größer. Ihr Angriff auf die Meinungsfreiheit, er wird Ihnen vom deutschen Volk bei den Wahlen nicht durchgelassen werden, das kann ich Ihnen heute schon sagen. Diese Regierung, sie werden abgewählt werden und es wird der öko-totalitaristische Mief verschwinden in Deutschland. Er wird verschwinden und die Fahne Deutschlands, schwarz-rot-gold, die Fahne von Freiheit und Recht, sie wird leuchten in Deutschland. Einigkeit und Recht und Freiheit. Wir halten hier nichts hoch, wir sind ein Parlament des Wortes und nicht des Hochhaltens von Fahnen oder dergleichen. Von daher erteile ich Ihnen dafür einen Ordnungsruf und ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf, da Sie die Regierung als Verfassungsfeinde bezeichnet haben und ausdrücklich dahin gezeigt haben.